Ich bin Arndt von Massenbach und arbeite beim INCOTA-Netzwerk in Berlin. Bei INCOTA engagieren wir uns mit Kampagnen in Deutschland für eine gerechtere Globalisierung und wir unterstützen Selbsthilfeprojekte in Lateinamerika, Afrika und Asien. Eines dieser Projekte ist das Frauenzentrum Sotschild Akkalt in Maipasio, Nicaragua. Ich habe das Zentrum zum ersten Mal vor zehn Jahren besucht und war von Anfang an richtig begeistert von der Power, mit der die Frauen da für eine bessere Zukunft kämpfen. Sotschild Akkalt berät die Frauen, die früher oft als Baumwollpflückerinnen gearbeitet haben, in ökologischer Landwirtschaft. Heute pflanzt sie Mais an und nicht mehr Baumwolle, können sich selbst ernähren. Die Frauen erhalten auch Hühner und Ziegen, um sich ein kleines Einkommen zu verschaffen. Insgesamt haben über 1000 Frauen und ihre Familien so den Weg aus der Armut gefunden. Und gerade dieser integrale Ansatz sehr überzeugt uns, dieses Projekt auch weiter zu unterstützen.